Guten Morgen an alle, ich werde mit einem stillen Gebet anfangen. So, gestern haben wir mit unserem aktuellen Thema der Identitätskrise weitergemacht. Und wir haben darüber geredet, ob es noch mehr Themen gab, die unsere Identität sozusagen aufgemischt hat, aufgewählt hat. Wir haben den Anfang der Identitätskrise nahe zum Mitternachtsruf definiert. Und wir haben uns dieses Thema, der zwei Informationsströme, ein bisschen näher angeschaut. So, gestern während dem Unterricht haben wir noch ein paar Themen hinzugefügt. Es wird ein bisschen überfüllt hier. Wir haben ein So spricht der Herr hinzugefügt. Wenn jemand das Jahr jetzt rausgefunden hat oder eine Zeitverhörte, dann könnt ihr es uns sagen oder in den Chat schreiben. Dann hatten wir die polaren Gegensätze. Und dann, wenn wir es richtig verstehen, war das der Anfall der Gleichberechtigung. Und wir haben hier 2019, 2020 markiert. Dann haben wir Eden zu Eden noch hinzugefügt. So, es ist die Linie der Wiederherstellung. Aber, wenn ihr euch daran erinnert, es tut sowieso ein Regenschirm. Also, mein Vorschlag war eigentlich, es ist nicht nur dieser Chiasmus von Eden zu Eden. Also, Elder Tess hat auch im internationalen Camp Meeting über Rasse und Geschlecht gesprochen. Und somit würde ich vorschlagen, dass dieses Thema Geschlecht auch unter diesem Titel ist. Und dann haben wir die letzte, die wir noch hinzugefügt haben, war, glaube ich, die Gäste marriage in 2021. Und das Letzte, was wir hinzugefügt haben, ist die HUMO-Ehe 2021. So, gestern haben wir dann viel über die zwei Informationsströme gesprochen, 2018. Und wir haben uns gefragt, was über dieses Thema hat uns herausgefordert. So, if I remember, well, we said that the subject has challenged us to go from the right to the left. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir gesagt, dass es uns herausgefordert hat, dass wir vom rechten zum linken gehen. Es hat uns auch herausgefordert, dass wir uns engagieren. Well, what do we mean by engage, or what do I mean by engage? Und was meinen wir mit engagieren, und was meine ich damit? We were looking at external events or at politics. Früher haben wir uns die externen Ereignisse oder die Politik angeschaut. But we said, both sides are bad. Und wir haben gesagt, beide Seiten sind schlecht. One is bad, the other one is worse. Eine ist schlecht und die andere ist noch schlimmer. If we bring it now to the subject of Trump and Hillary Clinton. Wenn wir es jetzt zum Thema von Trump und Hillary Clinton bringen. But we were like apart from that, from the world. Aber wir waren sozusagen getrennt von der Welt. After all, we are taught, as Adventists, do not engage into politics, do not vote. Und uns als Adventistin wird ja gesagt, bitte euch nicht in der Politik einmischen und auch nicht wählen. Gestern hat jemand gesagt, durch die Informationsströme mussten wir uns für eine Seite entscheiden. Wir mussten eine Seite über die andere entscheiden. So, and then we also said, Und dann haben wir auch noch gesagt, I said, okay, we see the switches we had to do, the changes we had to tie. Wir sehen die Veränderungen, die wir machen mussten. But what forced us to make these changes? Aber was hat uns gezwungen, diese Veränderungen zu machen? And then my suggestion was that the study of the two information streams, Und dann war mein Vorschlag, dass das Studium der zwei Informationsströme Was showing what was in our hearts Gezeigt hat, was sich in unseren Herzen befindet. So, we professed to be Seeing Trump as a bad person. Also wir haben vorgegeben, dass wir Trump als eine schlechte Person sehen. I'm not talking about his morality, I'm talking about his I would say his politics. Ich spreche nicht über seine Moral, sondern über die Politik. But at heart, we were supporters. Aber im Herzen waren wir eigentlich Unterstützer. And the two information streams stay like that open. Und die zwei Informationsströme lassen dies offen. And we were put in front of the choice. And we were put in front of the choice. Und wir wurden vor die Entscheidung gestellt. Either we have to change our worldview. Entweder müssen wir unsere Weltanschauung verändern. Or we very soon would promote Trump. Oder bald würden wir eigentlich für Trump sein. As a symbol. Als ein Symbol. So, as you know, I like to dig deep. Or try to dig deep. Wie ihr wisst, mag ich es tiefer zu graben? My first question this morning would be How was our worldview challenged? Meine Frage wäre, wie wurde unsere Weltanschauung herausgefordert? Also, wir sagen vom Konservativen auf die linke Seite. Aber ich möchte hier tiefer gehen. Was denkt ihr? Online people can also participate. Die Leute online können ebenfalls mitmachen. Matthias? Matthias? So, the challenge to us was Matthias says Controversy about Nationalism Also, der Matthias sagt, dass die Herausforderung war Nationalismus Versus Globalismus Versus Globalismus Versus Globalismus Und was siehst du in dieser Herausforderung? Und was siehst du in dieser Herausforderung? Wie hat es uns herausgefordert? Als Adventisten wurden wir gelernt, dass wir am Ende der Welt alle verbunden sein werden, Und dann wäre das etwas Schlechtes Und dann wäre das etwas Schlechtes Also, was eigentlich schlecht angeschaut wurde, ist, dass die Kirchen und die Welt alle miteinander verbunden sein werden. Und das wäre etwas Schlechtes Und das wäre etwas Schlechtes Erinnert ihr euch, wieso, dass es etwas Schlechtes war? Por la idea du Decreto Dominical Yeah, because of ideas regarding the Sunday Law What kind of ideas? Den Ideen gemäß dem Sonntagsgesetz De que in Estados Unidos si va a haber un Decreto Dominical y todo el mundo iba a aceptar eso So, if there were to be a Sunday Law in the United States, everyone would have to follow Und wenn es ein Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten geben wird, dann muss jeden Grund folgen And that represents Globalism or Nationalism? Und das repräsentiert Globalismus oder Nationalismus? So, we are challenging our worldview when it comes to Nationalism versus Globalism Also, wir tun unsere Weltanschauung herausfordern, wenn es zu Nationalismus versus Globalismus kommt Und als Adventisten dachten wir, dass der Globalismus so aussieht, dass man die Welt hat, dass sie zusammenkommen Und sie werden alle dem Papsttum beitreten Und sie werden alle dem Papsttum beitreten Und dann wird die ganze Welt gegen uns Adventisten sein Also, looking at the cultural norms in society Wir schauen uns auch die kulturellen Normen an in der Gesellschaft Where the norms codify acceptable conducts in society Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden Es geht um die Gesellschaft The norms is top of guidelines for our behavior Es sind diese Richtlinien für unser Verhalten And our language Und unsere Sprache And it's type of a Serves as a template Und es dient uns als How we are accepted in society Als Vorlage, wie wir in der Gesellschaft Acceptiert sind And it's a government to put in laws Und somit muss die Regierung Gesetze machen Und somit muss die Regierung Gesetze machen Und somit fängt unsere Krise auch an mit dem kulturellen Verhalten So Do you want us to put this on the list Or is it based on the two information streams Möchtest du, dass ich das auf die Liste tue Oder sind das die zwei Informationen ströme Wo siehst du, dass bei den zwei Informationen strömen Die Kultur noch damit verbunden ist Ich bin sehr leid, ich habe es wegen der Internetverbindung nie verstanden Wir gehen zurück zur Gleichberechtigung Also man würde zurückgehen, weil Hillary Clinton Globalismus vertritt Und sie spricht am Weltfrauentag zum Beispiel Also es ging hier um die Rechte der Minderheit vielleicht Wenn wir zu einem Republikaner gehen würden Denkt ihr, dass er damit übereinstimmen würde Dass er Menschenrechte wegnimmt Was soll ich eigentlich für Elia von Holberg? Barbara, there seems to be a problem with the sound, do you think? Barbara, es gibt ein Problem mit dem... Okay, it's trying to be fixed Mit dem Zohn Gabriel? So you're asking particularly Republicans, right? Du fragst hier Vor allem über Republikaner Es könnten auch Konservative sein Also konservative Republikaner sind sehr, sage ich jetzt mal, gegen Menschenrechte Okay They would usually take this example that the prison system or the judicial system treats criminals better than victims Also ich würde zum Beispiel sagen, dass die Judikative die Kriminellen eher gut behandelt, wenn ich das richtig verstanden habe Okay, let's go to America Also lasst uns nach Amerika gehen Wenn man Trump oder DeSantis fragen würde, nimmst du Menschenrechte weg? Do you think they were perceived themselves like doing that? Denkt ihr, dass sie das ebenfalls so glauben? So, ja, okay Ich weiß, dass sie sich nicht selber sehen, dass sie das machen, sie sagen normalerweise, dass sie die Familien beschützen Und deswegen fangen sie an, diese ganzen Gesetze aufzubringen Sie sind sehr darauf fokussiert, die Familie zu beschützen Sie sagen, wir vertrauen in Gott und dann bringen sie auch noch die Religion hinein Somit wissen, denken sie, dass sie nicht diese drastische Veränderung machen Also beim Nationalismus, wir wissen, dass hier sind die zwei Informationsströme, die wir damals auch Fox und CNN genannt haben Und wir wissen, dass beim Nationalismus Trump der Held war und beim Globalismus die Gefahr Und wir haben vorgeschlagen, dass das hier der korrekte Informationsstrom ist Weil es Trump als eine Gefahr identifiziert Und wir wussten, dass wir konsistent sein müssen, weil das ist, was die Methode uns lehrt Und somit müssen wir dieses ganze Paket annehmen Und wenn wir dieses ganze Paket vom Globalismus nehmen Ich gehe jetzt zurück zu dieser Zeitperiode Wir wissen, später haben wir ebenfalls gelernt, dass der linke Seite auch seine Schlecht hat Nicht, dass ich hier jetzt falsch verstanden werde, wenn ich sage, dieses ganze Paket Also wir sagen, wir müssen mit diesem Informationsstrom hier gehen Was muss sich verändern, was muss sich ändern? Und don't say just our worldview, because we're trying to dig deep, what part of our worldview? Welcher Teil unserer Weltanschauung hat sich da verändert? Gabriela? 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 Not only our worldview had to change Es musste sich nicht nur unsere Weltanschauung verändern Unsere Mentalität musste sich verändern und damit auch unser Verhalten Und so weiter, unsere Ansicht darüber muss sich auch verändern Und auch unsere Mentalität musste sich verändern Und auch unsere Mentalität musste sich verändern Also was Gabriela hier sagt, ist, dass wir die Weltanschauung haben Also was Gabriela hier sagt, ist, dass wir die Weltanschauung haben Dieses Thema hat sich verändert Dann hat sie gesagt, unsere Mentalität verändert sich Und damit auch unser Verhalten Musste sich ebenfalls verändern Okay, wir haben ein technisches Problem Wir haben ein technisches Problem Wir machen kurz Pause Also wir sind wieder zurück Ich hoffe, das Audio ist jetzt besser Also wir waren hier Die zwei Informationsströme haben verursacht und uns herausgefordert, dass wir die Seiten ändern Es hat uns gezeigt, dass wir im Herzen Nationalisten sind Und das ist nicht in Übereinstimmung mit dem, was die Linien uns lehren Welches in die Direktion von Globalismus ist Und dann hat Gabriela gesagt, dass ihre Weltanschauung verändert wird Und damit kommt auch die Veränderung der Mentalität und des Verhaltens Gabriela, was ist die Mentalität? Gabriela, was ist die Mentalität? Ich würde sagen, die Mentalität ist die Art und Weise, wie man Sachen anschaut Und das kommt dann zu einem so einen Punkt, dass du Anfängst so zu handeln, wie du glaubst Okay, so we're starting to get the structure Also wir fangen an, die Struktur zu bekommen Also unsere Weltanschauung hat sich verändert Und auch die Art und Weise, wie wir Dinge angehen Und somit muss ich auch automatisch unser Verhalt Lass mich das kurz hier lesen Und wenn du das Gefühl hast, wo wir... Ah, Rosi! Rosi! Ich denke, dass das was Gabriela gesagt hat, was ich glaube Also ich stimme mit dem, was Gabriela gesagt hat, überein Und es geht darum, dass man von dieser konservativen Ansicht wegkommt Also Rosi, ich stimme mit Gabriela ein Wir hatten eine Mentalität, die konservativ war Und wir mussten davon wegkommen Und oder auf die linke Seite gehen My question is though Und meine Frage ist jetzt How did that look like? Wie hat dies ausgesehen? So we are realizing what was changing Also wir haben realisiert, was sich verändert hat For example our mentality Our behavior Zum Beispiel unsere Vitalität, unser Verhalten But how? Aber wie? Rosi, do you want more time to think or? Rosi, möchtest du noch mehr Zeit nachzudenken? See? Okay Anyone else? Gabriel? Gabriel? I think we did some substantial changes in how we saw the structure on world politics Ich glaube, wir haben sehr grundlegende Änderungen gemacht, wenn es um die Struktur und die Politik geht Ich glaube, speziell auch in der Rolle von den United Nations Wo wir expecting some hidden agenda with the papacy Und wir haben gesagt, eigentlich tun die Vereinigten Nationen eine gute Sache machen, weil sie die Menschenrechte beschützen Und dein Vorschlag ist, unsere Anschauung über die Vereinigten Nationen hat sich verändert Zuvor hatten wir in Verschwörungstheorien geglaubt Und jetzt denken wir, dass die UN etwas Gutes ist Also wenn die UN die Menschenrechte unterstützt Also wenn die UN die Menschenrechte unterstützt Dann würden wir auch die Menschenrechte unterstützen, ist das das? Ja Ja Wir haben auch gesehen, wie das 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 war problematic was you because you were having the Soviet Union versus the United States And it divided divided they divided fire Also es tut mir leid, ich habe das kaum verstanden. Das war ein riesen Eko, es gibt technische Probleme. Also es ging um die bipolare Welt und Tuch mir leid. Wir haben gesagt, Bipolar ist eigentlich die gute Seite. Ja, ich erinnere mich daran, ich glaube, ältester Tess hat 2019 das gelehrt. Okay, so unsere Angehensweise über die UN hat sich verändert. Und wie Matthäus bereits gesagt hat, wenn diese Welt zusammenkommt, dann tut die UN dies repräsentieren. Und wir dachten, dass das etwas Schlechtes ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es deswegen war, wie wir die Offenbarung interpretieren. Aber wenn wir zurück schauen, wieso haben wir die UN auch noch als so eine schlimme Identität betrachtet? Also die UN. Wieso haben wir uns die UN so angeschaut, als ob es etwas Böses ist? Mein Input ist, weil es Teil der Offenbarung ist. Aber es gibt noch ein anderer Grund, den wir gelernt haben. Was war dieser andere Grund? Moin! Gabriel? Gabriel? Die Zehn Könige sind Teil der Offenbarung. Also das einfache habe ich schon ausgewählt. Und somit gebe ich euch die schwierige. Also ihr könnt nicht die Offenbarung oder Daniel auswählen. Also Shemin hat gesagt, wir haben die falschen Informationsstrom in der SDA angehört Walter Veit. Gabriel? Gabriel? Also wir sind aufgewachsen eigentlich mit Walter Veit und seinen Predigten und Büchern. Und da waren sehr viele Verschwörungstheorien über die Vereinigten Nationen, also die UN. Some evil agenda to, we also saw them as morally very evil, liberal. Und wir sahen sie auch sehr moralisch, liberal. Das fanden wir nicht so gut. Also die UN ist schlecht, weil es darüber Verschwörungstheorien gibt. Die uns lehren, dass es schlecht ist. Und sie sind schlecht, weil sie so liberal sind. Vielleicht könnten wir sagen, wir haben unsere Anschauung von Walter Veit. Und mit dieser Einstellung gehen wir zur Offenbarung und wenden dies an. Und meine Frage ist, woher bekommt Walter Veit seine Weltanschauung? So, most conservative Adventists, I guess, think of Walter Veit as this great teacher who is finding truth. Die meisten konservativen Adventisten schauen Walter Veit an als diesen großen Lehrer der Wahrheit, dass er große Wahrheit lehrt. Aber seine Botschaften sind nicht neu. Er tut es einfach, kopieren sozusagen und noch einen Adventistischen Touch hinzufügen. Woher bekam Walter Veit seine Botschaften? Gabriela. Gabriela. Protestantism. Yes. Den Protestantismus. Der Protestantismus. So, he gets his worldview from apostate Protestantism. Also er bekommt seine Weltanschauung von diesem abgefallenen Protestantismus. Und in welchem Studium haben wir das verstanden? Wann kam das auf? Es befindet sich auf dieser Liste hier. Gabriela. Oder was wolltest du sagen? Oder was wolltest du sagen? Also all diese Studien hier sind von TESS. Also all diese Studien hier sind von TESS. Außer das hier. Und sie hat vorher, die Gabriela hat gesagt, dass die TESS früher Studien gemacht hat über Walter Veit. Aber das war nicht, was Tamina wollte. Rosie? Rosie? I believe this was also in sequence in the studies that she gave after the ETHS poll. Ich glaube, das waren Studien, das sie gegeben hat, nach dem Artistschir. Bei diesen Studien wurde der Protestantismus aufgeteilt. Ich bin sicher, dass es den Protestantismus dividiert ist, aber in dieser Saison, sie betrifft Walter Veidt als eine Person, die die Adventistinnen und Adventistinnen und Adventistinnen und Adventistinnen und Adventistinnen. Das Studium ist, wo sie über Walter Veidt spricht, und sie spricht über Walter Veidt und wie es in der Fall ist. Gabriela? Gabriela? Ich habe auch gesagt, nein, so ist es auch aufgerissen. Ja, ich sehe, du bist und kommst zurück. Willst du sagen etwas? Also ich bin... Gabriela? Gabriela, es gibt sehr viele technische Probleme. Also es war, glaube ich, das Studium von Relfe zu Feidt. Und es ist so, dass sie aufgerissen haben, um unsere Walter Veidt zu helfen. Also online, die online sagen auch, dass es der Abistier ist. Und auch der Name Mary Stuart Ralph kam auf. So, wenn wir uns diesen Abistier betrachten, wenn wir uns diesen Abistier betrachten, we see that God's people have taken something with them out of the captivity they came. Also dann sieht man, dass die Gottesvolk etwas von der Gefangenschaft mitgenommen haben. So ancient Israel took the Apistier. Und das alte Israel hat den Abistier mitgenommen. Und weil das alte Israel über das moderne Israel gehen kann. Modern Israel had to take something with them out of apostate Protestantism. Müsste das moderne Israel ebenfalls etwas von diesem abgefallenen Protestantismus mitnehmen? Und was haben sie mit sich genommen? Welche Weltanschauung haben die Adventisten von diesem abgefallenen Protestantismus mitgenommen? Die Verbindung zum Protestantismus, ja, zum Beispiel. Ich habe über dieses Wort Elite oder Illuminaten nachgedacht. Vielleicht sieht man dieуют von unten in Europa. Aber da haben wir das auch schon zu tun, und das war mal was어가he. Und wir haben die nun gemeinsamen Group Wherever globalismus. Wir haben die neuen Chemien zu denken, Ich habe darüber nachgedacht, was Matthias gerade gesagt hat. Das kommt vom Ersten und Zweiten Erweckungen. Wo Jedediah Morse spielt eine Rolle, indem die Verschwörungstheorien aufkommen. Indem er buchstäbliche Anwendungen macht über die Bibel. Und Elisabeth spricht darüber in einem Studium 2019. Wo sie über diesen Prozess spricht, dass der abgefeierne Protestantismus weggeht. Aber wir wissen, dass wir dieses Bild des abgefeierenden Protestantismus weggetan haben, aber wir immer noch mit dieser mentalen, geistlichen Weitergegangen sind. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird es nicht möglich sein, seine Wiederkunft zu erkennen. Weil wir immer noch gerne ein Bild Gottes herstellen. Ich habe gesehen, dass du den Abis hier sehr gut studiert hast. Also danke für deinen Kommentar. Wenn es zum Globalismus kommt. Also dann, dass wir nicht den Globalismus unterstützen. Und unsere konservative Angehensweise kommt von diesem abgefallenen Protestantismus. Das ist etwas, das wir mit uns genommen haben. Wir sind zwar von der Form weggekommen, den Sonntag, aber nicht den Geist. So der Geist ist diese Weltanschauung und die Mentalität. Und je nachdem, wie deine Weltanschauung ist oder deine Mentalität, je demnach verhandelst du auch. Was hat denn der Globalismus repräsentiert, den wir dann akzeptieren mussten? So würde das nicht die Gleichberechtigung repräsentieren? Ja. Ja. Ich habe es schon erwähnt, dass ich dieses Multi-Polars-Modell erwähnte. Ja. Also früher habe ich ja dieses Modell erklärt. Aber es geht um, tut mir leid, ich habe es wieder nicht gut verstanden. Ich denke, Gorbatschow hat darüber seine letzte Rede gehalten. Also ich würde das nochmal erwähnen, weil es nicht verständlich war. Man hat die multipolare Welt anschauen. Und Gabriel hat uns an Gorbatschow verinnert, dass als der Gorbatschow noch in seinem Dienst war, dass er versucht hat, dass die Welt in diese multipolare Richtung ging. Richtung ging. Busch-Senior? Während Busch-Senior in diese nationalistische Richtung ging. Okay. Okay. So, unsere Weltanschauung ist multipolar. Ja. Also unsere Weltanschauung ist multipolar. Ja. Wir haben hier auch die Weltanschauung. Auch die Mentalität. Ja. Auch die Mentalität. Und auch dieses Verhalten. Also Busch hatte diese unipolar. Also Busch hatte diese unipolare Weltanschauung. Wenn wir uns jetzt in die Zeit damals zurückversetzen. Wenn wir es dann damals nicht so klar gesehen hätten, dann hätten wir mit beiden nicht übereingestimmt. Denn wenn wir uns den Globalismus angeschaut haben, dann haben wir gesagt, das ist schlecht. Aber wir wussten auch, wenn wir diese eine Macht haben, die die ganze Welt regiert, ist das auch schlecht. Aber bevor dieses Studium der zwei Informationsströme gekommen ist, hatten wir es nicht so klar vor Augen, was die zwei eigentlich repräsentieren. Also ein Aspekt ist diese Aufteilung der Macht. Was noch? Was noch? Was von der UN mussten wir annehmen, Gabriel? So with the idea of the United Nation comes a religious aspect. Mit der Idee von der Vereinten Nationen kommt ein religiöser Aspekt. Ich denke, die Religion wird generell als gleich angeschaut. Und alle Weltregionen stehen sozusagen Seite an Seite. All these theories about how they would basically recreate the Gentiles paganism and this was their agenda. Also und sie tun mit dem Heidentum diese Agenda durchführen. Und bei dem anderen hat man diese christlichen Teil sehr leitet. Also hier steht Gabriel vor, dass wir eine Weltanschauung haben, grundlegend auf christlichen Werten. Und hier würden wir gleichberechtigung sehen zwischen den verschiedenen Religionen. Wir haben einen Kommentar von Schemen. Wie können wir das noch anders in Worte fassen, den Kommentar von Schemen? Wir sind nicht nur eine Einheit. Wir sind nicht nur eine Einheit. Wir sind nicht nur eine Einheit. Aber erinnert sich irgendjemand daran. Wenn nicht nur eine Person die Macht hat, sondern mehrere. Wie nennen wir das in der Politik? Rosi? 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 Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin, aber wäre das die Demokratie? Ich denke, die Demokratie ist so, dass jeder etwas zu sagen hat. Aber die Mehrheit gewinnt. Aber die Mehrheit gewinnt. Also es ist nicht ganz das Gleiche. So, Carolina sagt Multipolar. Carolina sagt Multipolar. Wir haben das bereits auf der Whiteboard. Also grundlegend auf Schemen's Kommentar suche ich nach einem anderen Wort. United? Nein. Vereinigt? Nein. Es wird benutzt in den US-Politik. Also in Amerika haben wir dieses Problem zwischen zwei politischen Systemen. Und das eine ist repräsentiert durch die Republikaner und das andere durch die Demokraten. Republikanismus und Libertarismus. Und was ist hier momentan diese Machtprobleme? Government versus a small government. Große Regierung im Gegensatz zu kleiner Regierung. Ja, das ist das, was ich von Schemen's Kommentar nehmen würde. Sie wollte es vielleicht nicht so, aber so habe ich es verstanden. Also hier würden wir die große Regierung sehen. Und hier würden wir die kleine Regierung sehen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei, wenn du es uns erklären konntest? Also die Idee davon, dass man eine kleine Regierung hat, ist zu verringern, dass man nicht missbraucht wird. Die Macht ist verteilt auf die Leute. Und wir können uns entscheiden, gemäß seinem Bewusstsein. Und die Regierung ist notwendig. Aber es wird nur zu einem Minimum gehalten. Also es gibt keine grundlegenden Regeln, wie man zusammenlebt. Auf der anderen Seite hat man die große Regierung, die dir genau eigentlich sagt, was du zu tun hast und was du nicht tun kannst, das ist viel langsamer und größer und größer in seiner Struktur. Danke. Ich denke, für die Translator, Schemen möchte ich Dinge wiederholen. Also ich tue es nochmal wiederholen. Schemen möchte, dass ich die Sachen wiederhole. Okay, ich tue es nochmal wiederholen. Schemen möchte, dass ich die Sachen wiederhole. Okay, so hier in der kleinen Regierung, und in der großen Regierung und in der großen Regierung habe. Wenn es zum persönlichen kommt, dass das politisch ist, was ist der Effekt auf das? Oder wie sieht es in der kleinen Regierung und in der großen Regierung aus? Wie sieht das denn aus in der kleinen Regierung und in der großen Regierung? Gail? Gail? Equality und Inequality. Also es gibt Gleichberechtigung und beim anderen gibt es Ungleichberechtigung. Meinst du das jetzt in Bezug auf, dass das persönliche politisch ist? Wie siehst du da die Beziehung zwischen den beiden? Also wir haben bei Gottes Regierung Gleichberechtigung und bei Satans Regierung haben wir Ungleichberechtigung. Wie sieht denn die Ungleichberechtigung aus, wenn du über die Regierung Satans sprichst? Die Freiheit? Ich würde auch so denken. Ich würde auch so denken. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich meine Frage miteinander verbinden soll, also gehe ich jetzt einfach weiter. Rosi, hast du noch einen Kommentar? Vielleicht wäre die Gail gewesen, also gehe ich gesagt. Vielleicht würde die Gail diesen Libertarismus stellen. Das geht mit der Antworten der Gail. Das geht mit der Antworten auf Gail. Gibt es noch etwas anderes, was ich sage? Ich möchte, dass du die Frage wiederholen könntest. Wir haben gerade auf die Tafel geschrieben, dass die Liege-Seite diese kleine Regierung unterstützt und die rechte Seite hier auf der Weichwort die große Regierung. Also anstelle davon, dass ich jetzt einfach sage, was ich denke, dann frage ich eine Frage, damit ich sehe, was die anderen Leute denken. Und meine Frage ist, wenn es darum geht, dass das Persönliche politisch ist, wie das sich in Bezug nehmen auf die große Regierung und auf die kleine Regierung? Matthias. Ich denke, in einem großen Regierung werden mehr Leute repräsentiert. So they can represent minorities, something that a small government can't do. Und sie können Minderheiten beschützen, welches die kleine Regierung nicht machen kann. Rosy. Rosy. Ich denke, dass das Persönliche politisch ist, ist auf das große Regierung. Also ich denke, das Persönliche ist politisch, wird miteinander verbunden mit dem großen Regierung. Aber es mir parece, dass es bei dem kleinen Regierung, das politische ist persönlich. Aber ich denke, es geht bei der großen Regierung um das politische Persönlich. Und ich denke, wie es mein Personal funktioniert wird. Und ich denke, ob es das andere Menschen wird nicht. Das ist dort, wo ich entscheide, wie ich die Sachen möchte und wo ich nicht darauf achten muss, wie meine Entscheidungen andere beeinflussen. Ich kann die Sachen so organisieren, wie ich denke, wie es richtig ist. Und wenn das Persönliche politisch ist, ist in dieser großen Regierung etwas, was inklusiv ist. Auch wenn es eigentlich vielleicht notwendig wäre, dass die Regierung die Stärke benutzt, diese Wahn benutzt. Also diese Durchgesetze können überhaupt, dieses Persönliches politisch funktionieren. Also danke für deinen Input. Wir müssen jetzt langsam zusammenfassen. Ich möchte jetzt eine kurze schwarz-weiß Antwort bekommen. Wenn wir diesen Satz haben, das Persönliche ist politisch. Wird dies repräsentiert in der großen Regierung? Oder wird dies benutzt in der großen Regierung? Sag jetzt bitte einfach nur Ja oder Nein. Ja oder Nein? Ja. Ja. Rosi? Sing? Matthias? Matthias? Okay. Barbara? Ich weiß es nicht. Barbara? Were you busy and you didn't hear my question? Okay. Gabriel? 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 Weiß es nicht. Online? What do you think? Online? Was denkt ihr? The personal being political, is it represented in big government? Dieses Persönliche, das ist politisch, das wird dies, wird es gezeigt in der großen Regierung oder repräsentiert. Dieses Persönliche ist politisch, wird es in der großen Regierung repräsentiert. Ich frage jetzt noch eine andere Frage. Is the personal being political represented in the small government? Wird es Persönliche ist politisch repräsentiert in der kleinen Regierung? Yes or No? Ja oder Nein? Okay, let's start with you again. Okay, let's start with you again. So you say yes? Du sagst, sie sagst ja. Now? Now? Ich denke nein. Matthäus? No. Hier? Nein. Gabriel? Gabriel? You agree with no? Oh, yes. Nein oder ja? No? Gabriela, do you have an opinion now? Gabriela, hast du jetzt deine Meinung? Ich würde sagen nein. So Carolina and Raquel said no as well. Carolina und Raquel haben auch nein gesagt. Why did you say yes? Why did you say yes? Wieso hast du gesagt ja? Because I thought they were using the same methods of governing. It can't be. They can't use it. It's not gonna make sense. Sie benutzen diese gleiche Methode der Regierungsform. So we are ending here now. Also wir beenden jetzt hier die Klasse. But I find it interesting that we are familiar with this now. Ich finde es interessant, wir sind jetzt mit diesem Persönlichen ist politisch vertraut. Und wenn wir zum Politischen gehen und wir uns betrachten, was es für eine Regierungsform ist, Es ist mir ziemlich schnell im Sagen, dass wir sagen, dass Persönliches politisch wird nicht repräsentiert bei der kleinen Regierung. Aber es war sehr viel Erzögerung, wo man sagt, dass das Persönliche politisch gezeigt wird in der großen Regierung. So maybe during the day we can think about this a little bit. Vielleicht können wir durch den Tag hindurch ein bisschen darüber nachdenken. Und heute Abend werde ich die Frage noch mal stellen. Und vielleicht können wir heute Abend noch mal ein bisschen die große Regierung anschauen. Denn mit dem hier werden wir herausgefordert, wenn wir diese Änderung machen. Dann lasst uns mit deinem Gebet abschließen. Oh, Mächtiger Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Dass wir betrachten können, den Weg, den wir gegangen sind. Dass wir sehen können, wo unsere Herausforderungen sind. Bitte helfe uns durch diesen Prozess. Bitte segne und führe uns, dass wir Orientierung finden werden. Bitte segne diesen Tag, aber auch jeden individuell. In Jesus' Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen.